Hallo Freunde, ich bin schon mit euch, euer Benni, das ist ein neues Let's Play vom Leinwirtschaftssimulator 2015. Ja, wir haben jetzt hier, haben ja jetzt, die letzte Folge habe ich in Asia gekauft. Wahrscheinlich, ob der jetzt abpratzt. Ja, geht sogar. Dann würden wir dann später buchen mit Ding. Für eine... Für eine Silage. Also zuerst, um nach dem Getreide zu hinteren fahren. Und noch, äh... Ja, wir haben jetzt schon angefangen mit Ding. Mit Gruppere. Ja. Na, ich dachte, das ist sehr gut. Weil... Ich denke, das wäre besser. Ja, da kommt dann ein wenig weiter hin. Ja, pss. Ja, ja, wohl. Die deutsche Schachthaus. Ja, das ist sehr gut. Ja, man denkt an den zu machen. Nehmen wir etwas. Jetzt sollte man einen zweiten Akte holen. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Und jetzt ist er, ne? Dann haben wir es da geschafft. Dann sage ich dem Händler, ob ich die Tür erwischt da rein. Ich weiß nicht, wie es raus ist. Ja, das ist schon eine Frage. 90 PS, der wäre besser. Was ist hier aber die Frage? Ich frage, wenn wir kurz das Ding runtergehen. Zu mich? Auto? So. Verstehst du doch was? Wir gehen doch mal zum Ding runter. Warum habe ich da Holz? Ah, da können wir Wohle verkaufen. Das ist gut. Das ist gut. Ich frage mal, da mal etwas anderes. Ich weiss, die Silo ist da noch nicht voll. Aber vielleicht tun wir nicht dasselbe mal. Ich habe ihn jetzt gleich verdichtet. Jawohl. Vermitteln ist man dann eher noch nicht gekommen, wenn man so ein Mauser hoch kann abdreschen. Aber toll. Ja. Ja. Halt. Dann können wir gleich noch nach dem Arsch an die Gille hoch schauen. Der war nicht schlecht. Oder 150 PS. Das wird 180. Was hat denn der in der Garage drin? 80. Der hat 220. Der hat 220. Und der dort sterben unter die Füße. Der sollte, glaube ich, lange gehen. Der könnte eventuell langen. Der könnte eventuell langen. Der könnte eventuell langen. Der könnte eventuell langen. Der könnte eventuell. Der könnte eventuell auf der Gille hoch sein. Warte, ich will etwas ausprobieren, ob es klappt mit dem. Ich glaube, mit dem haben wir zu vielejenigen verdublen. Einer sieht es. Jussela. Wenn ich mit dem herkomme, aber nicht. Oh, da habe ich wirklich den Kleenbrauch. Ja, das kommt knapp an. Hier unten. Das geht knapp. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, wie weit das ist. Bei 4%. Mal schauen. Mal schauen, was wir dann schon sagen. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt die Daumen nach oben. Äh, wenn ihr mehr von meinen Videos seht, dann abonniert mich. Mal schauen, was ich jetzt schon Video gemacht habe. Und ja. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr eine Idee habt auch bekommen. Okay. Dann sage ich Tschau zusammen. Und bis zum nächsten Mal, Freund. Va mit euch schon. Mann. Abonniert euch.